Ab Dezember können Sie TV Schwerin in HD-Qualität empfangen. Der SD-Sender wird in nächster Zeit abgeschaltet. Falls Ihnen TV Schwerin HD nicht angezeigt wird, starten Sie ganz einfach einen Sendersuchlauf. So können Sie unser aktuelles Programm auch in Zukunft genießen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude mit TV Schwerin, mein Regionalfernsehen.